Das isolierte Lymphknotenrezidiv beim Prostatakarzinom. Wenn ein Patient z.B. einem lokal begrenzten Tumor initial eine Prostatektomie erhalten hat oder eine lokale Bestrahlung, danach erst mal geheilt war und dann im Laufe der Jahre ein PSA-Rezidiv erleidet und sich im PSMA-Pad zeigt, dass dieses eine isolierte Lymphknotenmetastase ist, dann liegt diese am häufigsten in dem Bereich der Iliaka-Interna. Was kann ich diesem Patienten jetzt als Therapie anbieten? Aktuell wissen wir, dass wir diese Patienten durch eine lokale Therapie heilen können. Uns stehen zwei Optionen zur Verfügung, einmal die Operation und einmal die Bestrahlung. Wenn ich jetzt beispielsweise an dieser Stelle im PSMA-Pad genau einen Lymphknoten habe, dann kann ich diesen natürlich ganz gezielt operieren. Jedoch wissen wir aus den Studien, dass mikroskopische Tumorzellen in den Lymphknoten direkt um diesen befallenen Lymphknoten herum vorliegen, sodass dieser Patient nicht nur diesen einen Lymphknoten entfernt bekommen sollte, sondern auch noch die Lymphknoten in der Nähe des befallenen Lymphknotens. Das kann man auch bei zwei bis drei Lymphknotenmetastasen machen, jedoch ist natürlich die Prognose etwas schlechter. Ich kann diesem Patienten auch eine Bestrahlung von diesen Lymphknoten anbieten und genau das gleiche wie bei der Operation. Ich darf nicht nur den befallenen Lymphknoten bestrahlen, sondern ich muss auch die Lymphknoten, die in der Nähe liegen, bestrahlen, weil die dort ja ein mikroskopisches Wachstum aufweisen könnten. Es gibt verschiedenste Konzepte, die man verwenden kann. Das Wichtige jedoch ist, dass man eine kurative, das heißt eine relativ hohe Dosis an den befallenen Lymphknoten appliziert. Dieses ist ein mögliches Konzept, wie man das durchführen kann. Zum Beispiel kann man den befallenen Lymphknoten mit einer Dosis von 69,3 Gray und einer Einzeldosis von 2,1 Gray leicht hypofraktioniert in 33 Sitzungen bestrahlen. Das Ganze entspricht dann einer EQD2 von 71,3 Gray. Das kurze Lymphabflussgebiet drumherum braucht keine ganz so hohe Dosis, weil ich dort ja nur mikroskopische Tumorzellen habe und kein wirklich makroskopisches Lymphknotenrezidiv, sodass es reicht, wenn ich dieses kurze Lymphabflussgebiet mit grob 56 Gray Eculi 2 bestrahle. Das würde ich in diesem Fall realisieren mit 59,4 Gray Gesamtdosis, einer Einzeldosis von 1,8 Gray und ich würde das Ganze als integriertes Konzept bestrahlen. Es gibt aber in diesem Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, die alle zum Ziel führen. Also, ich würde das Ganze als integriertes Konzept bestrahlen. Also, ich würde das Ganze als integriertes Konzept bestrahlen.